Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Stasenachbarn von drüben waren auf dem Balkon und die mussten warten bis sie reingegangen sind. Was fühlst du denn aus? Ich werde eine zusätzliche Rentenversicherung abschließen. Weißt du das im Ernst? Ja, wir müssen hier vorsorgen. Ja, aber findest du nicht, dass du da ein bisschen spät dran bist? Investier dein Geld lieber in die Aktien eines Laufhauses, da kriegst du mehr Altersrente raus. Was, wenn die Aktien auf fast jeder Fünfte über 65 ist armutsgefährdelt, Wolfi? Ja, wir müssen dringend unser Rentensystem stärken und armutssicher machen. Na, 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 lass mich doch mal ausreden, du Depp. Wir sind die fünftstärkste Wirtschaft der Welt geworden. Fast alle EU-Länder schulden uns Geld. Und wir bekommen immer mehr Zinsen. Das Rentensystem wird sich bald komplett ändern. Aber bis dahin ist es nicht verkehrt, eine zusätzliche Rente abzuschließen und mehr Geld zu sparen. Wolfi, wer über 80.000 Euro verdient im Jahr, der zahlt nicht mehr Rente. Ja, unser Rentensystem, das ist ein Schutz für die Reichen. Aber dadurch ist der Kapitalabfluss ins Land gekommen. Und deswegen sind wir die fünftstärkste Wirtschaft der Welt geworden. Wirtschaftliche Hegemonie. Ja, aber Mensch, red doch nicht so ein Zeug. Das kommt doch beim Rentner überhaupt nicht an. Wir zahlen 45 Jahre in unser Rentensystem und bleiben armutsgefährdet. Das ist schlimm, Wolfi. Wir werden sicher davon profitieren, wenn die Zeit kommt. Aber bis dahin, wer seinen Lebensstandard halten möchte, Peter, muss selbst dafür sorgen. Einsparen eben. Du bist einsparen. Du bist viel zu sehr geprägt von unseren Politikern. Wie bitte? Ja, schau doch mal zu den Nachbarn, zum Beispiel in den Niederlanden. In den Niederlanden, da ist die Rente doppelt so hoch wie bei uns. Und die Österreicher, die Österreicher, die kriegen ja 50% kriegen die mehr wie die Deutschen. Und was du heute sparen kannst, lieber Wolfi, das kann morgen einfach kaputt gehen. Ich bitte dich, wenn unsere Nachbarländer so ein tolles Rentensystem haben, warum kommen die denn alle nach Deutschland? Oder arbeiten hier? Wir werden finanziell immer stärker. Wieso denn? Ist das stimmt doch? Nein! Etwa 8 Millionen Rentner. Die kriegen weniger im Monat als 800 Euro. Ich mach mir einfach Sorgen, Wolfi. Wenn ich mal Rentner bin, möchte ich nicht Flaschen sammeln müssen, um Bier trinken zu können. Machst du doch eh schon. Ja, Mann, schau mal her, schau mal her, schau mal her. Durch diese Pandemie sind viele Länder pleite gegangen. Und wir leihen ihnen Kohle. Und die werden wir für Zins wieder zurückbekommen. Sei dankbar, dass die Mehrwertsteuer auf 16% gesunken ist. Zweifle nie an den Deutschen, wenn es ums Geld geht. Na? Ja. 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 Untertitelung. BR 2018